Tschüss mein Freund, tschüss. Was?! Was?! Ohohohohoho Musik 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 Hallo Leute, herzlich willkommen zu einer Runde Lucky Rush Ne, nicht Lucky Rush, sondern Lucky Race Behindert Hier geht's jetzt rund, ey pvp und jump and run skills auspacken aber ich habe den beiden eigentlich gesagt dass sie warten sollen weil ich noch was am fertig schneiden bin aber hatten sie keinen bock drauf jetzt bin ich voll die runde am verkacken das wird wahrscheinlich jahrelang gehen weil wir alle schlecht oh mein gott kühl ich habe was ist meine freunde was ist los was ist los mit euch aber ich habe es nicht so easy sprünge und ich habe die taste wieder man die taste sie hart also bei mir darf man bumsen sagen oh mein gott alter ja ich weiß bei den habe ich schon den habe ich geschafft und dann kommt noch schwieriger mal was auf wo ich hab mir zu bekommen also ich springe immer so safe sie brauche ich so lang ich bin jetzt auf fettn lucky block und er hat nachher angefangen ja und oh ein giant nice giant was ein giant ein giant was habt ihr jetzt gedacht bei mir ist das ein gigant ja du hast giant gesagt ja und da unten was ist jetzt das problem das ist falsch ne keine aussprache ist das problem doch ah fuck jetzt bin ich hier runter musst du grad sagen david ja mein englisch ist viel besser geworden immer trotzdem immer noch scheiße was hast du denn für eine note in englisch david in englisch 2 ah fuck ah fuck off david warte los aaaaaaah diese scheiß gold blöcke lol ich bin schon easy durch ey ich schaff diesen das gibt es doch nicht was ist falsch mit diesem jump man welchen jump oh mein gott ich hab's geschafft oh mein gott oh mein gott oh mein gott oh mein gott was mach ich hier eigentlich der ist am rumduben boah das ist ein krasser jump ah nein scheiße man ey ich bin richtig am rumduben ah du bist wahrscheinlich an dem den ich meinte der letzte das gibt's doch nicht ich hab's geschafft ernsthaft ja wie hast du ihn geschafft ich hab ihn das letzte mal gar nicht geschafft einfach gelaufen oder einfach gelaufen oder gelaufen gelaufen oh mein gott oh mein gott ich hab den scheiß jump geschafft nein fuck die leitersprung ey die sind mies die sind mies die sind mies ja ja what the fuck oh mein gott oh mein gott oh nice sonst fuck alter jetzt mach ich so geil diese leitersprünge und dann ähm verkack ich den letzten sprung der kein leitersprung ist bist du auch bei den leitersprüngen david ja ja oh mein gott ah ah fuck verkackt what the fuck ist das nein man ey hast du diese sprünge gar oh mein gott oh mein gott oh mein gott oh mein gott gar nicht probiert ehrlich gesagt ich muss mich kurz ausrüsten halter das ist uncool was macht ihr eigentlich alter was hast du für ein starkes schwert bitte ein neues schwert tschüss 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 ich glaube david ist disqualifiziert man wieso euch zu gut denn euch zu gut denn es gibt super du hast den besten star und jetzt ja da geh mal auf geh mal auf basti alter er ist hinter dir ja und er ist hinter dir ja david ja ich töte beide lol hä was jungen bekommst null schaden Was machst du? Kämpfen. Ja, aber niemals so. Doch, klar. Ja, der hat Ding Potion drin. Achso. Ich denke, ich kämpfe mich dabei nicht lieber weg, damit die Effekte weg sind. Ich booste dich damit. Was? Was? Ja, jetzt rennt David, Basti vor mir weg, alles klar, Mann. Ja, wenn ich lowlife bin, renne ich weg und suche mich noch der Karte. Ja, David, bist du behindert? Ich hab nur noch drei... Was? Lass mich in Ruhe. Ich bin aufs Maul. Fuck! Hey Leute, wo seid ihr denn? Ich muss den hier grad ficken. Warte. Lass mich in Ruhe. Ja, bleib doch einmal ganz kurz stehen. Die Presse. Guck mal, da kommt, da kommt Basti von der Seite. Ja, halt dein Maul! Ich passt nicht. Was? Oh, jetzt hast du mich in der Kombo? Ja, aber... Kannst du nichts machen. Ja, ich hab keine Potions mehr. Ja, das ist gut so. Boah! Boah, da hab ich eine Potion gehört. Fuck! Max, Alter! Ich hätte David gekillt! Fuck! Jetzt steal er mir den Kill auch noch. Nice! Fuck, fuck, fuck! Die Bullen kommen! Lauf! 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 Oh, geil! Er kam mit der Angel an. Lauf! Jetzt killt euch mal, ich hab noch ein Leben. Ja, wow. Lauf! Ich hab den letzten Schlag gar nicht mitgekriegt. Ja. Ja, ich bin einfach nur neu gespawnt. Hallo! Hallo! Verpiss dich, Alter! Ohne Scheiß! Wie? Komm her! Komm her! Ich hit dich nur ganz low! Hä? Wo bist du, Alter? Hier? Oh, jetzt bin ich ein Herz! Halt dein Maul! Doch, siehst du? LOL! Was geht mit dir? Wie viel Leben hast du? Hälfte oder so? Keine Ahnung. Lauf! Ich hätte dich töten können. Ja. Jetzt kill mal, Basti. Geh mal weg. Ja, okay. Ey, geh nicht zweimal auf mich. Was passt, die? Der campt irgendwo, Alter! Ja. Ja, wow. Ey, wow. Komm, wir suchen ihn jetzt. Lass ihn mal suchen. Der ist bestimmt irgendwo da oben drin oder so. Alter, wo ist der? Seh ihn da oben. Echt? Ja, ja, der ganz oben drauf. Ey, wo? Da ganz oben. Auf dem Turm oder was? Ja, ja. Lass ihn holen. Wie kommt man da hoch? Oh. Sehr gute Frage. Oh, da ist er. Basti, unnötig. Wo ist der? Was unnötig? Ja. 2 gegen 1 ist unnötig. Nö. Ja, wir kämpfe ja nicht zusammen. Ja, aber ihr geht beide auf mich. Nee, ich geh nicht auf dich. Ja. Alter! Wow, ey, das ist unnötig, Digga. David, du hast es erkannt. Der mit den zwei leben, Alter. Und dann noch ein Camper, Alter. Ich campe nicht. Natürlich campst du da oben, Alter. Komm runter. Halt die Fresse. Piperino. Tschüss, mein Freund. Tschüss. Was? Was? Das nenne ich mal PvP-Skills. Angel rotzt weg, Mann. Die Angel rotzt weg des Todes, Mann. Das war gerade nice. Damit hab ich nichts gerechnet. Ich hab mit Rage von Max gerechnet. Ich hab auch gerechnet. Ey, jetzt ist alles offen. Basti, komm runter. Wir machen jetzt nen Dreierfight oder so. Ja, warte. Das ist spannend. Ey, David, verpiss dich. Okay. Ich will ohne Fallschaden. David, hör auf. David. Was? Hör auf jetzt, Mann. Nein. Digga, das ist unnötig. Hör auf. Ich hab nur zwei Herzen. Hör auf, doch. PvP, PvP. Hey. What the fuck? Ja, okay. Also, tschau, Leute.